Also, wegen der Vegetarierminderheit im Schwerte müssen wir jetzt eine Turntenszene zeigen. Jetzt schaut's euch mal den Abzwickten hier an, wie ihr wieder reinschaut, anbrunst wie ihr auch. Einfach keinen Bock auf die Alibis-Zene der Hirten. Schöner, fremder Mann. Danke, dieses Kompliment kann ich gerne zurückgeben. Bin doch eh eine schöne Frau. Gewaschen, wie das sich für eine Tunte gehört. Ja, Sie haben ja schon mit unserer Mitarbeiterschaft Bekanntschaft gemacht. Meine Mitarbeiter sind Tunte, wissen Sie auch warum, mein Sohn? Nein. Es liegt wohl daran, dass wir alle Tunte sind. Kann sein. Ob du sich aus der Kunde dazugehören, hey, kann ich auch sein Bier? Hast du's geklärt? Sieh, was du mir wieder für'n Stress machst... Ah, Stress hält dich jung, also sei froh. Ich hatte außerdem recht mit meinen Aussagen. Aber das ist dir bewusst. Tunden bleiben Tunden. Deshalb hab ich sie zu Recht so genannt. Klar? Auch mit der Federbohr ist mein ganz normaler Mensch. Aber die tragen Lederhosen. Ich hab auch nix gegen Lack und Lederhosen. Aber Fisch ist mein eigentlicher geheimer und nimmer geheimer Fetisch. Okay. Mensch, jetzt war mir der ganze Tag in dem Zeitschriftenlader. Aber ich hab einfach die Ocean Sex and Fischer Rollzeitung nicht gefunden. Ja, toll. Schau, lieber mal hier. Viel wichtiger ist, so eine Zeitung besteht aus 100% Altpapier. Was? Die Farbe von den Vorhängen harmoniert überhaupt nicht mit dem Polizeiauto. Was haben die sich da auch zu pargen? Ode. Ja, kein Geschmack. Oh, ich bin schockiert. Wie kann man denn so unästhetisch pargen? Wenn die rechte Person auf dem Bild hier tanzen wollte, müsste sie seine Zähne rausnehmen, um nicht auffällig tanzen zu können. Hm. Nee. Glaub ich nicht, weil der hat keine Holztanzschuhe an. Also kann er auch nicht rumhüpfen wie bei der Getreidelese. Ode. Aber ist eine interessante These. Ja, Brot und These gibt ja auch Brot-These. Oder Brot-Untagonist gibt Pro-Tagonist. Das ist doch so, oder? Ja, das ist genauso wie im Flamingo-Gehege. Das hoffe ich für dich, denn sonst würde ich genau dort meine Männlichkeit demonstrieren. Uns verbindet viel. Du und die Flamingos. Ja. Die sind faul wie wir Männer. Stehen deswegen auf einem Bein. Fußfaul. Genau wie ich. Ich war in der Disco, hab sehr viel getanzt. Die Schuhe sind ausgefroren. Ich fahr Taxi. Ich fahr Taxi Tag und Nacht. Der Job ist doch mies. Doch ich brauch den Kies. Ich fahr Taxi. Taxi Tag und Nacht. Ich fahr Taxi Tag und Nacht. Der Job ist doch mies. Ich fahr Taxi am Motorradverlauf am Tag. Was soll die Scheiße? Das haben wir. Wunderschöne Taxi. Geht ihr? Das scheiß Lied aus. Wir steigen aus. Aus, scheiß Gott. Nein, wir gehen jetzt. Wir steigen aus. Halt, der arme Mann. Nicht mal beteiligen. Raus, komm. Wir gehen mit. Alles schlamm, die sowas hören. Keine Fröhne. Du bist ein Politiker. Alles schlamm, die sowas hören. Auch wenn sie nicht aus Bremen sind. Und zwar nicht so grob. Die sind völlig mir schogehe. Klar. Aber kräuselt sich auch in meine Ohrherrsche. Hier, Haare. Wir sind schon wieder viel zu lang auf dem Bild. Also jetzt ist der Tropfe voll. Jetzt hau ich ab, ne? Jetzt lass mich. Bleiben. Lass mich in Ruhe. Stehenbleiben. 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 Wenn ich diesen Hurenwelpen, der Pedigree-Reunungsmittel erfunden hab, finde. Mann, jetzt hab ich doch kurze Haare. Dann hast du alles gut. Nein, nein, nein. Ich weiß gar nicht. Biak Munden war ein Langhaaresel. Und das hab ich dir schon mal gesagt. Du erinnerst dich hoffentlich daran. Und ich hab ein Problem damit. Ich bin ja auch. Was hast du gesagt? Hast du gesagt, dass du Biak Munden liebst? Nein, hast du nicht gesagt. Ist auch besser für die Garage hinter dir. Ich denke, wir haben verstanden. Okay. Lass uns Karussell fahren. Wir haben einen ganzen Tag nur beschissene Anrufer. Solche Dickepfe. Solche Schädel haben die. Die wollen meinen Film einfach nicht verstehen. Hallo, mein Name ist General Meers Nogal. Und ich schaue oura Film angereide. Während die Operation Gross-Arm. Moment mal. Ich kann ja nur... ...hier sein. Was wollen Sie denn von mir? Mehr erotisch im Rästlichen Streifen. Wie wär's mit Stunten? Oh yeah, that would be great. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Yeah, go on, go on. Shut up, I'm talking to the sexy German Fall-Lakers! Boi, ich soll das gar nicht machen. Lässt dein Bumsballat nicht mehr in der Schublade. Birschle. Was soll ich machen? Ich bin da nicht dran schuld. Ist waren die mit? Birschle. Arbeiter. Sicher? Ich werde einen Perversling finden. Indem ich die Liste durchgehe. Von Hände. Wer mich von Pfeffen hält, den werde ich auseinandernehmen. Den werde ich Stirn und Federn, den werde ich Kehl holen lassen. Und in der Pfeiffrauch ein Tabakpistel. Guten Tag, IBG Callcenter. Gurgel mal bereit, was kann ich für Sie tun? Hallo? Herr Gurgel, das müsste die Hauptaussellerin sein. Ich wollte auch immer beschwerden, beschwerden. Ich glaube immer an die scharfe Schlampel. Hey! Ist es denn so? Hm. Solche Deppe. Die paar IBGs sind auch echt nur in der Vorschule. Also solche Leute kann ich gar nicht brauchen. Und hier ist so schweinekalt. Ich will zum Frederik. Ja, meinetwegen, wenn es dort Mottenpapier gibt. So, meine Lieben. Wie ihr wisst, heißt der Film findet Frederik. Also sollten wir den mal finden. Das heißt, zämts spiel unser Lied. Den Titelsong endlich hier. Viel vergnügt. Da ist so, ich will nicht. Da ist so, ich will nicht. Das ist so, ich will nicht. Kürz'n Engagement Fanden wir unser Ziel Der Erfolg ist wunderbar Auf der Reise ging es schwerlich Mal heiter und mal froh Und sind wir doch mal ehrlich Der Müller treibt uns so Und wir sind all der Hau Yeah! Woho! Oh, den kenn ich doch Früher war hier immer alles voll Mit C-Gemehl Motor Jetzt hat er nur noch ganze Bäume da Und ich hab auch Fün...